Der Alpen Academy Bergsteigen Grundlagenkurs. In den nächsten Wochen und Monaten möchten wir dir einmal pro Woche das große Thema Bergsteigen näher bringen. Bergsteigen ist ein großer Begriff. Deswegen gibt es auch viel, worüber man reden muss. Denn Bergsteigen, das ist nicht nur Wandern. Bergsteigen, das ist auch Klettern im leichten Gelände. Alpinklettern, Hochtouren oder auch Skitouren. Aber auch Klettersteige gehören zum Thema Bergsteigen. Wir möchten euch in nächster Zeit mit diesem Kurs einen Leitfaden bieten, der euch sicher und selbstständig in das Thema Bergsport bringt. Damit ihr immer up to date seid und keine Woche neue Kursinhalte verpassen könnt, solltet ihr diesen Kanal jetzt abonnieren. Außerdem werdet ihr auch alle Kursinhalte auf unserer Plattform www.alpenacademy.at finden und könnt hier auch schriftliche Beiträge zu allen Kursinhalten finden. Unser Ziel ist es, euch den richtigen Umgang mit dem Material beizubringen, richtige Verhaltensweisen und Vorgänge näher zu bringen und die richtige Reaktion und das richtige Vorgehen im Falle eines Notfalls kennenzulernen. Der Vorteil dieses Kurs ist ganz einfach. Ihr könnt jederzeit vor- und zurückspulen, Passagen auslassen, die ihr schon könnt und Passagen nochmal ansehen, die ihr noch nicht ganz verstanden habt. Außerdem könnt ihr auch einfach in der Bergsteigen-Grundlagenkurs-Playlist weiter stöbern und nach Wissenslücken suchen. Bleibt geduldig und erwartet jede Woche neue Kursinhalte zum Thema Bergsteigen-Grundlagenkurs der Alpenacademy. Verpasst keine neuen Kursinhalte mehr, indem ihr den YouTube-Kanal jetzt abonniert. Übrigens, die Tourguides machen vorerst einmal Pause, denn die aktuellen Bedingungen geben keine repräsentativen Bilder her, die die klassische Bergsteiger-Saison darstellen würden. Deshalb steht jetzt schon bei uns die Skitouren-Ausrüstung in den Startlöchern und wir werden uns jetzt bald die ersten Skitouren anschauen. Ab Dezember kommen dann die ersten Tourguides von den Skitouren in Tirol, Vorarlberg, Bayern und dem Salzburger Land. Wir freuen uns auf die kommende Zeit. Es wird eine spannende Zeit. Es wird eine lehrreiche Zeit. Und wir freuen uns, wenn du diesen Weg mit uns gehst. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir wie immer Bergheil! Und wir freuen uns, wenn du diesen Weg mit uns gehst.